Es ist Samstagmorgen. Wir befinden uns gerade auf dem Flughafen. André trifft letzte Vorbereitung. André, was steht heute auf dem Programm? All day. All night. All day. 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 So, wir haben jetzt die dritte Runde absolviert. 15,9 Kilometer geschafft. Die Zeit beträgt, die Gesamtzeit beträgt 58 Minuten und 7 Sekunden. Wir sind noch gut unterwegs. So gut wie windstill. Und wir gehen uns jetzt auf die vierte Runde. Ich werde euch jetzt mal ein wenig was von der Strecke zeigen. Und hier ist auch so mit eines der Schlüsselstücke. Es geht jetzt hier leicht bergan, ist noch nicht ganz so zu sehen. Aber wir müssen erstmal über die Brücke rüber, bevor es gleich wieder ein kleines Stück bergab geht. Und wie jetzt das eigentliche Irgendis der 5,3 Kilometer Runde vor Finn. Ein Anstieg von ca. 300 Metern. Den wird André heute insgesamt siebenmal bezwegen während der 40 Kilometer Runde. Bilder sind vielleicht ein bisschen verwackelig wie auf dem Fahrrad. Noch 20 Meter. Dann ist es geschafft. Okay. Jetzt geht es wieder berg runter. Und wir sehen uns gleich. So, da bin ich wieder. Damit ist die vierte Runde geschafft. Wir haben jetzt eine Distanz von einem 21,2 Kilometern hinter uns gebracht. Ein bisschen mehr als ein Halbmater Tonnen. André sagt, du musst 20, rollt und dann kann es schon mal anfangen. Und Ende. 35 Meter geschafft. Nicht ganz 40, aber dafür war ich ein bisschen zu schnell unterwegs. Wir haben zu Anfang noch versucht, das Tempo zu drosseln, aber es lief zu Anfang recht gut. Na, es ist nach einer Zeit der Welt. Nächste Woche muss die 40 stehen. Für diese Woche auch 35. Völlig okay. Na, es ist klar. Na, es ist klar. Na, es ist nicht wahr. Na, wenn es ist das Ding. H충расnet. Vielen Dank.